Ich habe keine Masse zu schwer Ah ja, das funktioniert gut Ah ja, das funktioniert gut Ja Was klappt dort? Leider nicht Sehr gut, haben wir das So, da ist noch einer Mach mal den noch platt Ich muss dringend Pfeile kaufen Oder erjagen zumindest Wie weit ist der denn geflogen? Holy crap Wart mal Blöde Frage, könnte das der Wald sein, den ich suche? Ich laufe da gleich mal durch dann Ich will wissen, ob das der Wald ist, den ich suche Das wäre mega witzig Und tschüss So So, die Banditen der Prärie Sehr schön, haben wir das gemacht Der Rosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden Okay Der Zorn ist bereit Das finde ich sehr, sehr schön Ich muss mir diese Dinge ausprobieren Mit diesem Gronen Schild Das ist auch krass Wenn du damit dann unverwundbar bist Das hat was So, hi Hast du diese Banditen von dir vertrieben? Ja, hier bitte Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann Fettkarotte Wenn du die deinem Pferd gibst, wird es sich freuen Pferde sind ganz verrückt danach Okay, Banditen der Prärie Geschafft Oh, ein Reisenerbel Komm in unserem Pferdestall Fühl dich hier ganz wie zu Hause Wenn du ein Pferd besitzt Kannst du deine Ausrüstung ändern Oder seine Menü umfrisieren Wir freuen uns auf deinen besten Freund Okay Ja, okay Ich warte kurz, bis die das hier anzünden Dann muss ich jetzt keinen Feuerstein verschwenden Sonst will ich ganz kurz nach da hinten gucken Weil wenn ich Glück habe Ist halt Wo war das jetzt? Das war noch da hinten Weil wenn ich Glück habe Ist das tatsächlich der Weg Der auf dem Foto ist Weil das sieht nur aus wie ein schönes Laubwäldchen hier Wenn ich Glück habe Ist das tatsächlich dieses Waldstück Das wäre mega cool Weil das ist glaube ich der schwierigste Teil Dieses Waldstückchen zu finden Wo die Erinnerung ist Weil es absolut gar keinen Hinweis gibt Oder was heißt Hinweis? Es ist halt Ein Stück Wald Und das macht es relativ schwierig Aber wenn ich Glück habe Könnte das das echt hier vielleicht sein Zumindest alles Laubwälde hier Weil es muss ja theoretisch sogar irgendwas sein Was hier auf dem Weg von Von Link und Zelda war Wo sie lang gelaufen sind Wo sie lang gelaufen sind Beziehungsweise wo sie zusammen eine Reise gemacht haben Also könnte das vielleicht durchaus hier sein Dass die durch diesen Wald hier durchgelaufen sind Wäre durchaus im Bereich des Möglichen Wäre durchaus im Bereich des Möglichen Also der Teil hier ist natürlich nicht Weil sonst wäre die Erinnerung schon da Ah Oops Oops Hmm 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 Das ist Das ist Das ist Das ist das stimmt so kann man die aufblatt machen das ist eine kleine aufmerksamkeit bitte nimm sie an schleichfleischpastete lästig leiste schleichen fein geschnittenes fleisch in einer teigtasche die durch den austretenden bratensaft wunderbar aromatisch angereichert wird es wird nirgendwo sicher selbst in den dörfern und städten nicht ich muss härter trainieren wenn ich meine liebste beschützen will euch kenne ich glaube ich noch nicht soll ich mit meinem mann zusammenbinden bewinde ich jedes hindernis das weiß ich einfach ich wollte mein liebsten den prinzessin in sie anzeigen von dem wir gehört hatten eigentlich wollte ich ihn allein suchen aber sie hat darauf bestand mitzukommen ich habe immer meinen können vertraut und jetzt muss ich mehr trainieren sie beschützen zu können ich bin schon glücklich wenn wir einfach zusammen sind ach doch die kenne ich schon so richtig werde ich mit meinem leben beschützen okay die kennen wir schon die haben wir schon mal getroffen also ich bin mir nichts also keine ahnung ob das der richtige wald hier ist aber sieht auf jeden fall von den dingens her glaube ich relativ gut aus plus aber hier bin ich schon mal lang gelaufen das heißt wenn dann müsste das ich bin ja schon mal lang gelaufen wenn hier die erinnerung wäre dann hätte ich die schon geholt gehabt hinfort mit euch Die ist ja schnell kaputt. Wo ist er jetzt erschienen? Die ist ja schnell kaputt. Wo ist die Blume erschienen? Wo ist die Blume? Wo ist die Blume? Das ist echt unfassbar. Wo ist die hin? Wo ist die Blume erschienen? Wo ist die Blume erschienen? Du hast mich entdeckt. So. Wo ist die Blume erschienen? 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 Oh cool. Pfeile nehme ich gerne mit. Ich brauche unbedingt Pfeile. Ah. Oh. 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 So, das Liedchen von ihm habe ich schon mal gehört. So, irgendwas mit Schlangenaugen. Ich habe es schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Hmm. Aua. Also gegebenenfalls ist das hier oben irgendwo dann... Ich glaube, ich muss noch mehr nach Norden gehen. Weil der Wald sieht halt hier so, ähm... Ja, ich sag mal interessant aus. Da oben war ich noch nicht ganz. Wobei das jetzt hier wieder mehr Palmen sind als Laubwald. Das heißt, das kann auch nicht stimmen. Das ist mehr Dschungel hier. Was bedeutet, das ist nicht der Teil, wo eigentlich... Ich hin will, wo ich die Erinnerung vermute. Ich dachte echt, die ist in diesem Waldstuhl. Weil das sah so echt so... Hm. Ja, schön aus. Aber ich glaube auch, eines der Hauptprobleme ist, dass diese Wälder alle gleich ausschauen. Also, das könnte halt wirklich jeder 0815-Wald einfach sein. Hier ruckert es ganz schön gerade. Königszweihänder. Ja, toll. Okay. 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 Also, hier ist auf jeden Fall nicht das Gebiet, was ich gesucht habe. Soviel zum Thema, wir machen heute alle Erinnerungen. Ich habe nicht eine einzige Erinnerung gefunden, habe nicht mal gesucht. Und die einzige, die ich gerade suche, ist die schwierigste, vermute ich. Weil ganz ehrlich, dieser Wald hier könnte echt alles sein. Da geht auch nicht wirklich einen Weg lang. Das ist wirklich so ein bisschen abgelegen auch. Also, das ist nicht wirklich, dass da eine Straße oder so ist. Das ist wirklich mitten irgendwo in irgendeinem Waldstück. Was echt schwierig ist. Der einzige Hinweis ist ein Apfelbaum. Mit zwei Äpfeln. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie man das finden soll. Weil ich sehe auch keinen wirklichen Hinweis. Der einzige ist in der Mitte da vielleicht dieser komische Berg. Dass das wie so ein Durchgang ist. Aber find mal diesen Berg, diese Aussicht irgendwo. Dass du so einen Berg hast, wo du diese Ansicht dann hast. Die anderen sind, glaube ich, einfacher. Die sind deutlich einfacher zu finden. Aber diese Stückchen da im Wald. Hm. Ich glaube, das machen wir... Oh Gott, ruckelt das hier gerade. Holy Crap. Framerate adieu, sage ich da nur. Schwertgras, schön. Danke, du blödes Mistvieh. So. Ich guck mal kurz in den Wald hier rein. Oder in dieses Gebietchen hier. Ich finde es total toll, dass die Fledermaus gewartet hat, stückgeblieben ist. Dass ich sie platt machen kann. Ich weiß, ich hätte die anders platt machen müssen. Aber ich war jetzt irgendwie zu faul, da wegzulaufen oder irgendwas zu machen. Ahem. Manchmal bin auch ich mal faul. So, was haben wir hier? Und das ist eine Tür da oben. Ahem. Ich war zu faul, da hochzuklettern. Silberne Rubin. Was ist das? Das ist ein Bob. Okay. Speichervorrag. Okay, er speichert hier, warum auch immer. Ich speichere auch mal. Sicher ist sicher. Okay. 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 Warum? Oh, Angriffskraft plus sieben. Darum ist das, weil das eine deutlich bessere optimierte Waffe ist. Ich sehe... Ähm... Aber trotzdem ist 19 Angriffskraft. Aber gut zu wissen, die Waffe ist deutlich besser. Hä? Ist hier noch irgendwo einer? Ach, da oben. Habe ich dich. Gurschinen Schild. Ach ja, habe ich wieder verloren. Zitterfrucht. Maxi-Durian. Okay. So. Dann würde ich aber sagen, ich mache jetzt trotzdem mal für heute den Cut. Und wir erkunden, dass das nächste Mal alles weiter... Da ist noch eine Troll da oben. Sehr schön. Jetzt müssen wir ein bisschen was verkunden, aber hier gibt es leider nichts wirklich spannendes. Feuerpfeine. Die nehme ich gerne. Toll. Danke fürs Gesprächsspiel. Das ist auch eine Truhe. Wie viele Truhen hier sind. Unglaublich. Lohnt sich ja fast hier alles einzeln. Königshelleber da... Ist mir jetzt egal. Ist mir egal. Äh... Waldschwert... Ach komm, Mannes Krog-Schwert schmeißen wir weg. Guck mal die Königshellebade nehmen. Ich brauche kein Krog-Holzschwert. Es hält glaube ich eh nix aus. Machste zwei Schläge, ist es kaputt. Das war eh bloß für den Test, glaube ich. Das muss ich glaube ich nicht mit mir rumschleppen. Wo komme ich eigentlich hin? Achso. Eigentlich will ich da hin. Weil das ist glaube ich die Quest von dem der... der Dingensinkt. Weil das müsste dieser Schlangenkopf... Es sieht aus wie ein Schlangenkopf hier nämlich. Achso. Oh... Hoffe ich jetzt zumindest mal... So, da will ich nur kurz hinlaufen. Wenn das ein Rätsel oder sowas ist, werde ich das nicht heute machen, aber... Äh... Wir werden zumindest mal hinlaufen. Das wird vermutlich wieder ein Rätsel sein, was wir lösen müssen. Ich will die Waldfrüche müssen mitnehmen. Und die Bretter. Okay, der speichert hier. Ich speichere mal kurz. Okay, dann sind wir uns schreien. Oh, wow. Okay. 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 Au. Au. Sag mal. Geht doch. Blödes Mistvieh. Mistvieh. Ich sollte mir vielleicht echt mal... Okay. Okay. Sehr schön. Goldene Rubinen. 300 Stück. Kann ich hier die Schuppe da bringen? Oder ist das hier, wo ich die Schuppe da bringen kann? Oder ist das was anderes? Willkommen an meiner Quelle. Bringe die Quelle des Mutes eine Schuppe des goldenen Geistes Fardora. Nein, Farodra da. Ich, die Götje Hülien, werde deiner Seite sein. Im Rachen des Drachen. Okay. Gut, wir haben die Quelle gefunden, aber wir brauchen einen anderen Drachen. Dafür habe ich eine andere Schuppe, wo ich nicht weiß, wo die Quelle ist. Na gut. Okay. Haben wir das. Dann würde ich sagen... Sehen wir hier auf jeden Fall deutlich weiter. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal den Cut an der Stelle. Für YouTube ist dann hier Schluss. Leben lang fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und wir werden dann... Mal gucken. In der nächsten Session irgendwas machen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was wir eigentlich genau machen dann. Ich will die Erinnerungen mal sammeln, glaube ich. Ich glaube, das wäre sinniger. Und das machen wir dann auch. Ähm... Und die andere Erinnerungen im Wald, die finden wir vielleicht random irgendwann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das war's. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.